Grüß euch alle miteinander. Willkommen zu einem neuen Video von mir auf Facebook oder auch auf YouTube, je nachdem wo ihr das schaut. Ich habe gedacht, ich mache jetzt noch zum Ende des Jahres noch ein Video, wie das ganze Jahr war und so weiter. 2020 war für viele Menschen ein schwieriges Jahr. Für mich hat es gepasst. Man kann seine Sachen zahlen, man hat seine Kunden und so weiter. Und da will ich meinen Dank aussprechen an meine ganzen Kunden, an Freunde, Verwandte, die mich unterstützt haben, Termine ausgemacht haben, ihre Fahrzeuge zum Aufbereiten gebraucht haben, ist halt wirklich geil. Und da steckt halt auch immer die Motivation, wo man merkt, man kann seinen Kunden erfreit machen, man poliert das Auto, versiegelt es, es glänzt, der Innenraum ist wieder sauber. Da gefreut man sich einfach, weil es einfach ein geiles, pur ein Neuergebnis Zimmer ist. Und ihr alle erfreit habt. Und natürlich ich auch. Und ja, ich will auch meinen ganzen Partnern danken. Zum Beispiel Effektum aus Deutschland. Danke, dass ihr mit mir zusammenarbeitet. Weil Effektum ist der Leitschei-Politurnhersteller und karamische Beschiedung und sein Sortiment. Und das kriegt man alles bei mir zum Kaufen. Nächstes Jahr startet man noch richtig durch. Man kriegt viele Auto-Fläge, Produkte von mir. Ich bin jetzt schon in die Vorbereitung mit ein paar Hersteller, dass wir wirklich coole Sachen da haben. Und zwar nicht wie ein großer anderen Shop, aber so, dass man was bei mir kaufen kann. Ja, wie ihr seht, das ist meine Halle. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, wie schon gesagt, ich will einfach Danke sagen an euch alle. Und wir sind jetzt vom 23. Dezember weg bis 4. Jänner im Betriebsurlaub. Am 4. Jänner 2021 habe ich schon das erste Auto wieder. Was mich natürlich sehr freut. Ja, und ich wollte euch schöne Weihnachten wünschen und ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, dass das Jahr 2021 2021 besser wird. So wie das Jahr 2022. Ja, was könnte ich noch so erzählen? Ich könnte euch viel erzählen. Ja, jetzt bin ich jetzt schon seit einem Jahr auf dem Standort in der Treibauer Straße 4. 5 NS 23, vielleicht auch das Epoch. Habe ich wirklich auf Freitag. Wirklich schön, geräumig, groß. Genauso wie es für mich passt. Ja, und mich schon gesagt, Danke an alle Partner. Zum Beispiel, wie man sieht, B-Point, Fireball, Effektum, Neowox, Decollection. Danke, dass ihr alle mit mir zusammenarbeitet. Und ja, jetzt ist das Jahr bald vorbei. Und das nächste Jahr wird hundertprozentig geil. Also, glaube ich würde auch mal, dass das richtig cool wird. Und ich hoffe, ihr bringt mir alle wieder eure Autos. Ich hoffe auf sehr viele Neukunden, die mir ihre schönen Autos bringen und diese wieder zum Glanz bringen können. Ja, und das war meine nächsten Worte für dieses Jahr. Und falls wir uns nicht mehr sehen, wie schon gesagt, schöne Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Wir sehen uns 2021 wieder. Bis dahin. Ciao.